Guten Tag. Jo, es ist 19.55 Uhr. Ich habe mal wieder ein Hemd an. Ich bin fertig angezogen. Ich bin eigentlich schon auf dem Weg nach draußen. Was werden wir wohl jetzt machen? Wir gehen essen, genau. Ja genau, es ist Freitag. Ich begrüße euch nämlich jetzt gleich mal. Ich habe heute wieder noch nichts gefilmt. Ich habe nur geschnitten heute ein bisschen. Und genau, ein bisschen was am PC geschaut und entspannt. Und genau, jetzt muss ich los. Ich nehme die Kamera mit, obwohl der Akku schon klingt. Genau, ich nehme die Kamera mit und schaue einfach, wie lange ich noch filmen kann. Und ob ich was filmen kann. Oh, bestimmt. Ich schaue einfach, wie lange der Akku hält, aber jetzt muss ich los. Also bis dann. Bo! Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Egal, auf jeden Fall, habe ich kein Ende gedreht und deswegen mache ich das jetzt Wir sehen uns morgen wieder, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, was auch immer, ihr wisst Bescheid Wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao